yo was geht herzlich willkommen zurück zu einem erneuten fortnite video hier auf meinem kanal ich bin's moreno willkommen zurück zu einem erneuten fortnite video heute fangen ja die verlängerungs herausforderungen an da könnt ihr einen neuen skin freischalten bei herausforderungen auf missionen und dann nach ganz hinten mit der genesung da könnt ihr euch auf jeden fall den lilanen skin freischalten ich zeige euch jetzt wo ihr die drei imbisswagen her kriegt so ich zeige euch den ersten imbisswagen der ist in der nähe von pleasant park auf der map ziemlich weit nördlich von pleasant park zwischen zwei bäume und da ist so ein kleiner imbissplatz da müsst ihr einfach landen einfach dem kleinen dude hinterher und dann werdet ihr auch gleich schon den skin freigeschaltet kriegen ich zeige euch auf jeden fall auch noch mal den dritten im bestand oder den zweiten und da sehen wir auch den müsst einfach nur besuchen gehen und wir sehen uns dann bis zum zweiten im bestand den zweiten imbisswagen findet ihr auf der map bei solcher springs ziemlich weit unten bei solcher springs bei so einem kleinen grauen fleck da ist ein kleiner imbissplatz und da müsst ihr auch einfach hin den zeige ich euch mal eben ganz schnell und dann werdet ihr auch den dritten imbisswagen gleich bei mir sehen lasst ihr auf jeden fall schon mal gerne einen daumen nach oben da dann würde ich mich über ein kostenloses knackiges abo auch freuen wäre natürlich ehrensache so ich zeige euch noch mal eben schnell mit dem pizza tomatenkopf hier oben drauf und wir springen zum dritten imbisswagen ich zeige euch den letzten und den dritten imbisswagen der ist hier ein bisschen versteckt in dem schneegebiet ich zeige euch das jetzt noch mal eben schnell auf der karte so hier auf der karte ungefähr da bei dem in dem berg bei dem berg wie auch immer und man sieht sich dann im nächsten video ich werde für euch die nächsten weiteren challenges raushauen also passt auch gerne da auf dass ihr keine videos verpasst auch gerne euer morgerno